Das ist ja jetzt mal was Neues. Gucken. Ah, so. Ja. Müssen wir natürlich dann bloß schauen, wie man da irgendwie hochkommt. Zack, zack. Archiv. Dann machen wir das doch gerade mal auf und spielen mal das da drin. Ich nehme mal den alten Herrn da und der gefällt mir besonders gut. Über den kann ich ein bisschen was erzählen. Der hat nämlich einen Staubsauger. Und ein Staubsauger ist ja wohl mit das obercoolste überhaupt. Uiuiui. Uiuiui. Habe ich ein bisschen Angst da eben gehabt. Ja, das war auch berechtigt. Uiuiui. Das ist aber... Das Archiv ist dann doch ein bisschen anspruchsvoller, habe ich so das Gefühl. Ja, das geht nicht so einfach von der Hand. Okay, dann muss man das tatsächlich doch so mit so ein paar Kombi-Moves da. So natürlich nicht. Das könnte das erste Level sein, wo ich mich tatsächlich dann... Da ein bisschen länger dran versuchen kann. Na. Das gibt's doch jetzt nicht. Na das ist doch... Um Gottes Willen. So viel zu dem schönen Staubsauger. Nein, 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 nein. Das war's für heute. Puh, das war jetzt tatsächlich ein bisschen tricky. Ich hatte auch ein bisschen Herzklopfen. Gebe ich ganz ehrlich zu. Nein. Wieso kann man da nicht abschützen? Das ist doch mal sau uncool. So, jetzt aber. Na, das war doch mal ein cooler Move da. Ja, ich glaube, so funktioniert das nicht. Wie kommen wir da drüber? Nein. Och, Leute. Das ist nicht witzig. Es hört halt mal auf. Na gut, zumindest das klappt hier inzwischen ganz gut. Ähm, ja, nee. So nicht. Nein. 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 Beinahe. Beinahe. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass das Spiel doch trickier ist, als ich dachte zu Anfang. Beinahe. 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 Der war jetzt ein bisschen größer, da müssten wir natürlich diese andere Attacke da machen. Die ist ein bisschen unruhig habe ich das Gefühl, oder? Muss ja aufs Klo oder so. Na, darüber gehen wir mal noch nicht. Komm her, du böses, böser Gargoyle. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir zwar eventuell da hoch können, aber wir das richtig treffen müssen da. Na gut, gehen wir nochmal zurück. Vielleicht haben wir doch noch was anderes übersehen, außer den Dreck da. Ja. 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 Also das sieht doch schon mal ganz gut aus. Was ist noch das da, jawolle. Wie müssen wir denn jetzt eigentlich dahin? Doch nochmal da gucken. Vielleicht doch irgendwo da. Vielleicht da, gleich runter. Können wir das mal probieren? Achja, siehste mal. Das ist auch ein übler Berg da. So. So, der hatte mal gar keine Chance gegen uns. Genauso wenig wie der. Ah doch, der lebt noch. Ach verdammt. Aber jetzt nicht mehr. Haha. Jetzt müssen wir mal warten, bis die wieder runter kommen oder was? Das ist ja wohl Mist. Na was, ein Käse. Was ist eigentlich da für eine braune Brühe, die da runter... Nein, ich will es gar nicht wissen. Was da so alles rumschlummert da in den Tiefen unserer... unserer Menschen. Die Menschen. Ach, guck mal da. Da sind wir jetzt draußen. Gucken wir mal doch, ob wir denn so irgendwie bekommen da. Ja. Jawoll, ja. Das war's dann. Mit dem Level. Und ich denke, hier mache ich auch erstmal Schluss für diese Aufnahme. Und würde mich freuen, wenn ihr natürlich auch das nächste Mal wieder dabei seid. Wenn wir dann ein bisschen weiterspielen bei Dustforce. Vielleicht bin ich da auch ein bisschen redefreudiger. Mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit sogar. Wie gesagt, im Moment ist es ein bisschen spät. Für mich. Ich muss sehr früh ins Bett. Nichtsdestoweniger hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Und wie gesagt, wir sehen uns dann einfach bei der nächsten Aufnahme wieder. Wenn es dann heißt Let's Play mit Havgandil bei Dustforce. Ich bin von RaccoonCast und wünsche euch einfach noch einen schönen Tag. Bis dann. Ciao. Ciao. Ciao.